Da bin ich mit der nächsten Folge, die ein bisschen gedauert hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht in was für einem Run ich hier bin, ob ich im ersten oder im zweiten Chapter bin. Ich glaube im ersten und mein Plan war es mit den Standardhelden, also sprich mit meinem Dream Team nochmal durchzuspielen. Jetzt war aber die Sache, ich war wieder im Tangle, wieder bei dem Boss und er hat alle bis auf Leandro getötet. Und deswegen habe ich jetzt hier irgendwelche drei Randoms hier. Und jetzt bin ich ernsthaft am überlegen, ob ich vielleicht einfach mal den Run abbreche. Weil ich habe mir so überlegt, vielleicht überleben die Leute ja dann auch, die man bei sich haben, die ich bei mir habe. Ja, oder will ich jetzt mit den Randoms weiterspielen? Die Sache ist ja auch, ich habe ja gegen den Boss gewonnen. Und da kriegt man ja als Trophäer seinen Kopf, wodurch sich das eigene Team nie wieder bewegen kann. Ja, da muss ich jetzt eigentlich mal gucken, ob sich das... Von den Fähigkeiten her eignet für die Leute. Okay, bei ihr ist es völlig egal, wo sie steht. Dismiss, den ich ja noch dann ausrüsten muss. Ja, da habe ich Flexibilität. Und bei ihr nicht. Und sie müsste an der zweiten Position stehen. Wenn nicht sogar die erste... Mal gucken, muss Leandro auf der ersten Position stehen. Nein. Okay, ich breche den Run nicht ab. Und ich habe schon mal gesagt, aber ich wünschte mir, ich könnte die Dudes hier schon mal positionieren. Äh, darf ich aber nicht. Holy shit, ich habe 129 Bordels. Okay. So, der Kopf kommt hinten ans Auto. Ja. Was haben wir denn hier als nächstes? Den Sprawl. Wie passend. Huch, da ist ja eine Katze. Äh, äh, ja. Und ich habe vier Plätze hier. Indeed. So, andere Fähigkeiten für die Dudes habe ich ja nicht, weil ich war mit denen noch nie irgendwie bei einem, äh, Schrein. Außer mit dem Highwayman. Oh boyo. Okay, äh, sie muss also an erster Stelle stehen. Was habe ich denn für Dinge und Sachen? Okay, ich muss also 25 oder 26 Bordels aufheben. Das darf ich nicht vergessen. Ansonsten habe ich gar keine Trinkets mehr. Oh boyo. Ist das hier ein Clusterfuck. Spend was du kannst. Oder Wealth hat nicht mehr Sinn. Das bedeutet, wenn es tatsächlich immer so ist. Was, um die Räume des Räume aufzunehmen. Oh, der andere müsste geheilt werden. Okay. Oh, was ist hier? Traveling Heal plus 20. Ui, 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 ui. Ja, bitte. Ja, bitte. Alles, was uns weiterentwickelt, ist wertvoll der Kosten. I'm aware. Das wird sehr gut sein. Gut. Gut. Das macht die Gegner extrem langsam. Ja, bitte. Danke. Also, sie kann bleed machen mit einer Fähigkeit und sonst kann sie irgendwie nichts. Episch. Was kann sie? Sie kann toxic machen. Ich finde es gut, wie ich immer komplett andere Wörter für dieselben Sachen benutze. Ja, Poison. Ja, gut, dann. So, und was kann... Achso, das war er, genau. Ah, wobei er... Ah, oh, 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 ja. An seine Position habe ich gar nicht gedacht. Dritte Stelle ist in Ordnung. Da dritte Stelle auch. Hier auch. Obwohl... Ja, doch. Das kann er überall machen. Das ist auch überall. Ja, mein lieb... Liebevoller Point Blank Shot. Kann ich für ihn dann nicht nehmen. Aber ich könnte Grape Shot nehmen. Und Open Vein kann ich auch benutzen. Oh boy. Oh boy. Ihr habt euch gerade erst getroffen. Ey, die lieben sich wenigstens. Haben sich zwar jetzt hier zum ersten Mal gesehen, aber ne. Ja, Moment mal. Alle lieben jetzt den Helion. Okay. Was macht das? Das macht einfach nur Statuseffekte weg. Ja, okay. Wurde jetzt hier... Oh man, der Point Blank Shot wurde für ihn ausgerüstet. Oh no. So. Wie im Arsch bin ich denn jetzt? Erstmal soll der andere nach vorne... Ne. Der Helion. Achso, kann Audrey eigentlich ganz hinten stehen? Ich dachte, ich hätte jetzt mit der dritten Position hier gerechnet. Oh no. Okay, das kann sie schon mal. Das auch. Alles außer die Pickaxe. Ja, ist okay. So und die Fähigkeiten. Warte, was fehlt jetzt bei ihm? Was hatte ich ausgerüstet? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hm. Naja, aber passt. So und Leandro? Oh mein Gott. Leandro hat seinen Retribution nicht. Und sein normaler Angriff ist negativ. Oh boy. Get ready to die. Oh, ein Hebrowschwein. So, jetzt habe ich die ganzen Randoms bei mir. Dann kann ich die ja hier auch mal reflektieren lassen. Genau. Und mit den beiden bin ich durch. Dann mache ich mal den Grave Robber. Der von Anfang an dabei war. Oder zumindest als erstes. Grave Robber. Chapter 1. Luxury's Lap. Born in to money and married in to moor. She spent her days on horseback. And her evenings in the ballroom. She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper. Placating his worst tendencies. With a veneer of gracious deference. All the while indulging murderous fantasies of freedom. And the fortune that would soon be hers. Ja, bitte. Dead of night. Macht alle Leichen weg. Gain on hit. Also wenn eine Leiche getroffen wird. Drei Uses aber nur. Und das geht nicht auf alle gleichzeitig. Okay. Ja. Ja. Also ich muss sagen. Das Team war überraschend gut. Bin ich mal gespannt, wie viel negativer Bullshit passiert, wenn ich hier raus will. Okay. Das ist ja eine etwas komische Fähigkeit, nachdem man mit dem Sprawl fertig ist. Ja. So, was macht das hier? Heal 100%. Yeah. So, Geschwindigkeit. Kriegt Leandro wieder. Alle trinken. Bleed Resistance sollte Leandro kriegen. Äh, Stun Resistance. Ja. Die hier. So. Ja. Dann war das wirklich Chapter 1 hier. Hör. Präkter. Improve. Hier wird es einfach nur ein besserer Dodge. Hm, naja. Na gut. Besser als nichts. So, dann kann ich ja jetzt... Ja. Weil Wealth no longer has meaning. If indeed it 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 it. Was? Insufficient funds? Oh no. Okay, aber 20 damage nehme ich noch mit. So much power. In such a little thing. Ich könnte sogar noch so ein 25er kaufen. Ah, die bringen mir aber nichts mehr. Ja. So, wer soll 25% mehr Damage machen? Na, warum nicht er? Ich habe Leo übrigens, äh, irgendein random Herz, äh, einfach ausgerüstet. Manchmal blutet er dadurch, manchmal kriegt er Healing. Äh, man kennt's, ne? So, nochmal trinken. Damit sich gleich wieder alle hassen aus irgendeinem Grund. Und, alle haben Gegenstände, ja. So, mein Auto reparieren muss ich nicht. Dieses Ding ist stained, ja, aber stained Kram habe ich ja nicht. So, dann gebe ich hier einfach. Hm, hm, na, lieber nur das. Ja, mal gucken, wie schnell ich jetzt am Berg sterben kann. Ach, ja, die Fähigkeit, die ich gerade aufgetunt habe, okay. Also, das Trust Issue Team, äh, ist, ist komplett. so muss ich ja nur die schlösserplatten machen das dürfte ich ja wohl schaffen und wenn nicht ja dann beweist mir das eigentlich nur dass ich den run hätte abbrechen sollen einfach nur um zu gucken was passiert aber der kampf hat gut damage gemacht ich hoffe die heilen sich jetzt hier auf dem weg noch um einiges ja die eiserne krone ich glaube so heißt dieses stress symbol schon darf ich nicht angreifen ok get screamed at 29 damage auf leandro ja das spiel möchte nicht dass ich gewinne ich habe vorhin auch schon ok festgestellt dass wir ja gar keine highlight im team haben vielleicht nicht so gut und jetzt ist natürlich leandro der typ vom anfang überlebt er jetzt hier das ende im schlimmsten fall nicht aber im besten fall nicht im schlimmsten fall überlebt gar keiner so und jetzt kurz vorm gewinnen verliere ich wahrscheinlich das war so klar das war so klar das war so klar oh man ich das also manchmal lohnt sich das spiel einfach überhaupt nicht zu spielen bis auf die ganzen kerzen bis auf die ganzen kerzen aber egal ich glaube es wird zeit für den joker man weil was auch immer er kann aber er soll ich hier ganz gut sein also kommt das ich glaube es wird zeit für den joker man was auch immer er kann aber er soll ich hier ganz gut sein also kommt das der mörderes melody lingers long after the final chord has been struck und den west tal ja wer hätte es gedacht aber der joker wird ach so vielleicht wird erst mal die sachen ja auswissen bevor ich das vergesse ja höchstwahrscheinlich ein boss den ich unmöglich besiegen werde mal gucken aber erst muss ich ja zwei runden überleben die landowners manor hörst du die Kinder kreien? interessant schnell weg damit was ist das? Fodder aha der kann die also essen um sich zu heilen oder ähnliches minus 15 max hp ich muss also diese sachen essen dazu zwingt er mich fettet und putrid aha und er ist ja interessantes design aber mehr möchte ich darüber auch nicht sagen so was können wir denn machen wäre es gut wenn ich die dinger kaputt mache 40 hp ich glaube ich greife ihn lieber an solange ich kann also ich habe mich schon inhaltlich darauf vorbereitet zu sagen oh das war ja einfach er hat sich ja gar nicht geheilt und genau dann passieren diese dinge und sachen ok wenigstens hat daniel spaß das ist die hauptsache aber der andere daniel hat halt keinen spaß also ein tod kann ich ja noch verkraften darf ich ihn jetzt bitte einfach finishen bevor mehr bullshit passiert perish habe ich gewonnen ok also das war ohne übertreibung und ohne spaß bis jetzt der einfachste boss boah haben wir viel bullshit jetzt was kriegen wir da durch 25 slots ok muss ich nie wieder sachen entfernen haben wir überhaupt jemanden der gift macht ich glaube nicht wertlos gift piercing ja aber 6 speed das ist natürlich nice ja äh daniel ist natürlich auch schon wieder verreckt in dem letzten kampf hier in der gegend und äh wenn der joker daniel nicht mehr da ist geht natürlich alles direkt den bach runter ich hoffe die stirbt jetzt yes ok vielleicht schaffe ich es ja noch zumindest mit einer person hier raus zu kommen und dann werde ich mir sehr gut überlegen ob ich den run abbreche oder nicht ok was hat der das harmony angriff gemacht oh boyo oh man ey meine dudes kriegen aber auch nie eine pause hier ne und jetzt gewinne ich natürlich instant die folgen sind so press hier advance oh man ey nur adrian hat überlebt in life or in death we are all prisoners here ja ich ja so fühle ich mich auch wie ein gefangener jetzt habe ich wieder eine milliarde gegenstände obwohl ich halt eigentlich 25 mehr haben sollte aber das ding ist ja noch nicht ausgerüstet also ich krieg neue leute und die sind direkt schon komplett wertlos das ist ja cool an den okkultisten und die beiden lutscher oh man da habe ich so gute items und upgrades und wo geht es denn hin da habe ich den boss mal geförst schreit und alles und eigentlich will ich jetzt aufhören was nicht so cool wäre ne 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 ich brech den run jetzt einfach mal ab lerne etwas und beginne wieder ich werde uch stand hier nicht eben gerade noch 33 oder ich weiß es nicht vielleicht halluziniere ich auch schon wieder das kommt auch irgendwie oft vor so zweites chapter ja äh huge lore dumps äh das team heißt jetzt third opinion wahrscheinlich weil wir drei verschiedene arten von heilern haben das ist gut so das hier ist alexander was war die fähigkeit macht einfach nur bullshit ja ne dann lasse ich lieber die sachen die er hat mehr hp und poisen äh ne disease resistance ja hier macht er mehr healing und hier macht er mehr damage schwierig ich glaube ich lasse ihn einfach auf wanderer wer könnte das werden ich lasse ihn auch als oder ne vanguard crit on miss ok also ich glaube ich habe schon mal gesagt aber ich wünsche man könnte diese sachen hier speichern damit man die halt nicht jedes mal immer auswählen muss was hatte ich das so ja deadly crits aha dann gehe ich auf melee damage so diesmal äh werde ich hier auch keine risiken eingehen wenn ich mit kapitel 2 direkt starte und mein gutes team nehme plus den okkultisten wildcard einfach damit ich jemanden habe um äh hero shrines machen zu können aha obwohl dieses consecration benutze ich eigentlich selten da finde ich das verteidigen hier eigentlich besser machen wir so third opinion let's go also äh ne so viel glück hatte ich ja hier noch nie aber gut ich habe auch viel für äh whisky und äh ähnliches ausgegeben ja und das sind jeweils immer eine fähigkeit für die leute die ich auch benutze also besser könnte es nicht gehen so und den nächsten clip den er sieht äh da kriege ich dann wahrscheinlich wieder richtig auf den arsch ja anscheinend kriege ich unerwarteter weise nicht aufs maul der typ ist ein richtiger pushover und ich habe nur jetzt gegen ihn gekämpft weil mir das level eben äh angedroht hat dass ich es gefälligst tun soll wobei ich immer noch nicht ganz verstanden habe warum vielleicht sollte ich die texte einfach mal lesen die auf dem bildschirm dann aufploppen aber äh wie dieser boss hier beweist äh lesen ist für loser äh ist das jetzt ein besonderer encounter ich würde mir die ja gerne mal angucken aber der kampf äh passiert hier gerade ohne mein zutun ja so who the fuck are you wirklich ok also ist das jemand besonderes äh dann sollte ich vielleicht angst und panik haben haha geht bambuselt hey wie ist sie denn jetzt hinten ok jetzt wurde ich bambuselt unglaublich jetzt muss ich sie nur noch treffen und dann habe ich gewonnen okay was kriege ich denn dafür ja also wie man hier rechts am bildschirm sehen kann äh es lohnt sich extrem viel alkohol zu konsumieren ja äh besser könnte ich mir das jetzt hier fürs finale nicht vorstellen vielleicht gewinne ich ja diesmal weil ja 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 l Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Junge, die hat ja gar keine Chance. 9 Damage war genug, ok. Wieder der Hinterer. 10 Damage war. 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 Doch ganz gut dass ich diese Milchgegenstande bei mir habe. Hm. Out with them? Ähm ja. Ich meine ich habe einfach nur den Cosmic Horror angebrüllt. So und jetzt haben wir ein kleines Problem weil wir durcheinander bambuselt wurden. Ist das schlecht für Daniel? Ja auf jeden Fall ist es gut für ihn. Hm. Vielleicht. Ah ja. Daniel kann dann nichts mehr machen. Hm. Okay. 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 Das ist bestimmt nicht das erste mal dass ich das rausgefunden habe. Aber so ist das mit dem Gedächtnis halt. Das ist eine großartige Conclusion. Das ist eine großartige Conclusion. Oh. Oh jetzt hat er weiter gemacht. Ich muss ihn mit ihm vorne angreifen. Der macht genug Damage das ist gut. Das muss nur Cindy treffen. Das muss nur Cindy treffen. Gott dammit. Eine Chance habe ich nicht aber ich komme an das Ding auch nicht heran. Dann. Dann. Brüll ich ihn einfach wieder an. 30. Warum tötet er die nicht gleich instant? Und jetzt muss ich heilen. Das ist schlecht. Oder ich lasse es einfach. Das ist schlecht. das könnte jetzt so risky werden alles. gut jetzt kann ich zweimal auf range gehen das macht 3 bis 6 und das macht auch 3 bis 6. gleiche crit chance. 9 genau richtig der vordere. ja das ist vielleicht ganz gut we in crisis we can rely only upon each other empowered emboldened emboldened by the flame of ambition ach sinkt das feuer auch im kampf 35 ist es jetzt deswegen sind diese leuchtigen combat items und nicht irgendwie andere items gut zu wissen nach 30 spielstunden und sein einer flügel ist tot sehr gut ja das feuer sind wirklich das ist schlecht wir können blind werden der vordere hat nicht 9 damage gebraucht merkwürdig jetzt ist es auf null 10 prozent chance blind zu werden ich glaube so viel milch gibt es gar nicht ja 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 Oh, das läuft ja gut. Ah, nicht 100. Schade. Oh, das läuft ja gut. Wir lieben unsere Freiheit von dieser schweizenden SIGIL. Die unkannige Anstrengung des LATTERs, aber heraldete eine neue, unnötige Phase unserer Investigation. Die Haus auf der Bordelands. Abschaffung durch die Stain. Moralität schießt auf die früten Zutaten von Preoccupation. Wir sind sofort in die Kaleidoskopische Wilde des Landes. Und am Sonntag erreicht die remote Manor, deren woher die Säulekonten der der kryptischen Invitations. Auf der Behestung unserer charismatischen Hosts feierte er hinter der Banner des Iron Crown. Er beantwortet durch ein egerer Kabal von massen Delegaten. Der erste Typ, der da gezeigt wurde, sah nach einem wichtigen Charakter aus dem ersten Teil aus. Und das war auch der Narrator. Im ersten zumindest. 2 3 Vielen Dank.